hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von noble horse champion ich zeige euch heute vier neue fohlen und ja noble horse champion ist zwei jahre alt geworden dazu gab es glaube ich auch meilenstein ich gucke mal eben dazu gab es auch den meilenstein den kann man sich dann ganz einfach holen indem man hier drauf klickt und dann erhält man ihn dazu sind bei einigen rassen oder ich glaube alle rassen ich weiß es gar nicht gucken mal eben wie viele rassen sind eigentlich reingekommen das stand ja auch irgendwo muss man ihn schauen zwölf rassen genau zwölf stück ich hatte irgendwie 15 im kopf aber zwölf rassen und dementsprechend gibt es jeden tag eine neue rasse also am ersten tag kam die trakena mit neuen farben und zwar zwei deppel gray und lange haare flexen chestnut und rohn und lange haare und eine tobiano checkung am zweiten tag gab es dann die pura rase pura die pres so pura rase espanieler soll jetzt haben wir ein paar chestnut und lange haaren bay dann kamen die holsteiner mit zwei bs dann das englische vollblut mit einem liver chestnut und rohn und lang hat dann eine tobiano schickung eine overo schickung und das war es dann auch erst mal ja und jeden tag kommen dann kommt dann halt eine neue rasse mit 9 fahr das steht alles hier beschrieben dann könnt ihr zusätzlich noch mit einem gutschein code der da heißt ein birthday sale 2021 zehn prozent auf den kompletten warenkorb im offiziellen online shop erhalten also wenn ihr euch da ein paar sachen holen möchtet dann wäre jetzt der beste zeitpunkt zehn prozent könnt ihr euch da holen mit diesem gutschein code so ihr schnuggelt dann haben wir wie gesagt vier folgen die zeige ich euch in der nächsten folge würde ich dann gerne wieder ein paar stuten gemeinsam mit euch decken lassen da kann ich dann welche rasse da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher wir haben ja momentan vier rassen ja da könnt ihr könnt ihr mir auch gerne in die kommentare schreiben welche rasse eventuell haben möchtet also welche stuten wir decken lassen wollen da stehen ja zur auswahl halt die trakene die upper loser die paints und die araber müsste mir dann wie gesagt sagen welche stuten wir uns da vornehmen wollen so ja wir kommen langsam dem level 17 entgegen 45.000 brauchen wir noch mal knapp 45.000 da wird sich aber ja leider so überhaupt nichts ändern haben das denn jetzt schon wieder gehabt wartet mal profil nein nicht da irgendwann finde ich es noch mal schneller ja wie gesagt es wird sich halt nichts ändern außer halt das boxen limit das ist auf jeden fall schon mal sehr gut dass wir dann fünf mehr bekommen ja die nächsten stall gibt es leider erst mit level 20 und da brauche ich euch nicht sagen dass wir da sehr 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 lange für brauchen ich glaube da können wir noch mal zwei jahre drauf knallen ja also das halt es dauert halt alles ein bisschen so ich wollte generell noch mal irgendwie nein wo bin ich denn ich bin so ein bisschen verplant nein da wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht und reicht ihn gerade bin ich denn heute irgendwie ein bisschen banan ja bin ich erfolge wollte ich gerne mal gucken ich habe ausgeübt ok 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 ach so das ist ja gut ok gut ich wollte was bestimmtes gucken habe ich jetzt gerade nicht gefunden ist aber jetzt auch nicht schlimm tut jetzt auch nichts ich wollte nur was nachgucken ok die folge wird ein bisschen kürzer wie gesagt wir haben jetzt hier folgen die zeige ich euch und dann sind wir auch schon wieder durch ja malik haben wir bekommen ein trakener hengstchen der ist hier der hat charakter 703 315 leider nicht so viel dressur 19 und ist ein normaler chestnut wobei na ja 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 doch eigentlich schon ja doch doch aber jeweils steht da stets dass er ein chestnut ist na ja ist er ja auch auf jeden fall ich habe gedacht er hätte noch eine checkung aber dann nicht ach so was ich mal gucken wollte ich finde diese kurzen finde ich irgendwie also das würde ich eventuell noch ja aber da bin ich jetzt nicht so für für die für die kurzen eigentlich hätte ich das auch noch gerne ein bisschen länger hier ein bisschen nicht viel aber ein bisschen es ist mir als mene immer noch zu kurz ich mag dass diese walle mene so irgendwie aber ja gut kann man halt nichts machen ja also ich rede mich heute im kopf und fragen ich merkte schon ja das sind seine werte leider halt im exterieur wie gesagt nicht so naja aber charakter wenigstens 703 das ist ja schon mal ganz ordentlich dann haben wir dolores dolores ist hier oben die hat 741 im charakter leider nur eine 283 im exterieur weil ich hier beim ja beim vater darauf geachtet hatte dass der gut im charakter ist es geht meistens dann immer nach hinten los man hat selten man hat selten beide werte richtig gut sie muss man sich dann halt immer für eins entscheiden und ja gut es war dann in dem falle der charakter gewesen mit 741 aber ist ja auch nicht so schlecht ja wie ihr seht die beiden sind über 700 leider im exterieur unter 300 wobei die unter sie das ist ja aber ist nicht so ganz einfach so dann kommen wir zu den zwei appalooza fuhlen das ist ein big spotted prince da ist ein big spotted prince hat 144 138 also im gegensatz zu anderen das wird ja noch ein bisschen höher wenn ich mir dann kommt also in diesem bereich hier ja ist einer mit der schlechteren hengste leider 138 ist dafür wieder super was dann 15 also unser mittelfeld halt und er ist ein doppelgrey spottet lenken wie gesagt vielleicht ich glaube die appalooza stuten sind momentan gedeckt big princess nicht aber die wollte ich auch verkaufen princess wird verkauft cream de la cream wird verkauft und little talks wird verkauft das ist diese wunderhübsche studie hier die geht auch raus da haben wir das stud holen talk to each other die haben wir hier die hat 190 120 jahre ist dann 16 und sie ist ein chestnut spotted blanket also wie ihre mama wie gesagt die meisten appalooza stuten sind glaube ich gedeckt müsste ich noch mal eben gucken moment appalooza sind hier nehmen wir die kleine maus mal raus so dann gucken wir mal vorausgesetzt mein internet bricht ich wieder zusammen auch alles ein bisschen irgendwie so wenn man hier so runter scrollt manchmal gerade am anfang dann ist das echt nicht so flüssig wie früher immer appalooza genau in london calypso cream ja die sind alle noch nicht so weit die sind zwar jetzt erwachsen geworden aber die sind halt noch nicht so weit dass man sie decken lassen könnte nur mal schauen wie es nächste woche aussieht ja wie gesagt das liegt bei euch welche rasse welche stuten jeder entdecken lassen wollen gesagt die trakena es sind glaube ich gerade zwei stunden gedeckt appalooza wie gesagt da sind einige halt noch keine drei jahre alt im besten falle paint wo ich auch am meisten special haben irgendwie habe und die araber so jetzt wollte ich noch mal eben was ist das denn so ruck ich hier die immer das ist recht also momentan ist das irgendwie ich weiß auch nicht ein bisschen nervig trakena so fellfarben sind ja zweimal deppel zweimal deppel hier ist einmal wartet mal macht das mal so gucken wir noch mal also zwei deppel grays plus lang haar flexen chestnut und flexen chestnut rohn und tobiano schickung ein doppelgrey habe ich jetzt gefunden chocolate palomino das wäre natürlich auch cool so was haben wir hier und leute das kann man sich doch alles gar nicht merken flexen chestnut und rohn hier ist noch in der arm ich glaube das sind die beiden deppel grays ne ja ich glaube schon ja ein chocolate palomino rohn das ist das sieht natürlich auch sehr geil aus flexen chestnut rohn auch sehr hübsch ja flexen chestnut flex und schicken genau und mit tobiano schickung da weiß ich jetzt natürlich nicht welche es sind ja so wenige tobianos keine ahnung welche da jetzt wahrscheinlich die hier ne ich weiß es jetzt gar nicht schätze ich mal auf jeden fall genau so ok dann habe ich euch das auch gezeigt und damit würde ich das video auch schon wieder beenden ich bin nämlich auch ein bisschen unter zeitdruck weil ich in der stunde schon wieder weg muss und ich muss noch ravel stars racing aufnehmen im anschluss ich hoffe euch hat das video trotzdem gefallen lassen wir doch gerne einen kommentar da wie gesagt auch zu der frage mit den stuten welche gedeckt werden sollen in der nächsten folge wäre schön wenn ihr mir da ein bisschen feedback geben und das würde mich sehr freuen danke und ja lasst dem video gerne ein like da abonniert den kanal wenn es euch gefallen sollte und dann sehen wir uns in der nächsten folge macht's gut ihr lieben ciao ciao und